Herzlich Willkommen zurück zu Lesbietogeda Summoner. Ich bin Summoner Gameplacer und beim nächsten... So, weiter geht's. In der zerstörten Stadt im Wald von Lianshan. Ja, hier sind zwei Onis und wir könnten die Wolke gebrauchen. Machen so viel Schaden die Typen, ne? Oh, da kamen gerade 100 Schaden dazu. Müsstest doch bald dein Level abhaben. Irgendwie ist der Gegner hier verbacht. Und? Was ist das? Ja. Jetzt ist er nicht mehr verbaut. Also, du gehst halt in Minasch zu treten. Du kannst nicht treten, das kann nur ich. Und ich kicke ihn in deine Wolke hinein. Was auch so viel Sinn macht. Deswegen kommt es nochmal hinterrück zum Einsatz. Was leider nicht getroffen hat. Und deine Wolke schiebt weiter Randale. Ja, klar. Das ist ein reiner Skandal. Und deine Wolke ist gleich hoch. Nicht wenn es wendet. Okay, der hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr weiter einzufangen. Macht der Gegner heute auch nochmal was? Ne. Der macht Feierabend. Ja, der sieht sich hin, die Ecke getränkt, hat wohl kein Bock mehr. Trinkt er sich heute nicht? Ja, und der war schlecht. Der war so schlecht. Ja. Wo rennt er hin? In die Wolke. Und wir wissen, ob das heißt. Er ist in einer Wolke. Und kriegt Blitze ab, weil Gewitter und so. Du bist gleich tot. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist eindeutig eine zu viel. Kann ich eigentlich in die Kette schlaufen? Ja, kann ich. Erstmal schön die Kette Stolpern reingemacht. Das bringt sich, ich kann jetzt Gegner umlegen. Na, wie süß. Ich bin ein kleiner Titel. Niemand bekommt einen Titel. Aber ich kann ihn noch in einen umlegen. Und 78 Goldstücke gerippt. Oh, wie süß. Und Stolpern. Ich kann nicht denken, dass die Magier heute dran glauben wollen. Und der war schlecht. Und Stolpern, was schon wieder funktioniert. Mann ist auf mich heute einfach das. Tja. Ja. Wie lieb ich hier in der Tat? Weil ich tanke. Und den Gegner gleich nochmal hinwerfe. Müsst du auch ein bisschen verlaufen? Ich sterbe noch nicht. Stirb aber einen anderen Tag. Oh nein, der ist ausgewichen. Ich hab kein Waffen mehr. Hm. Und Pavels. Und schon wieder ausgewichen. Und er legt sich noch nicht hin. Und er legt sich jetzt hin. Jawoll. Jo. Funktioniert bisher ganz gut. AMD beschwärst du die Wolfe. Lass mir. Ich hab einen Grund. Wenn er einen Grund hat, ist das LP vorbei. Er frisst das ab sofort auf jeder Stelle ab. Wenn er einen Grund dafür hat. Das ist durch die Beschwör. Du hast noch kein Level ab, oder? Alter. Ihm fehlen 149 Erfahrungspunkte. So. Außer der Wut zähl ich ihn jetzt ohne heute. Ich hab keinen Bock mehr. Zähl ich mal auf. Lass ihn noch tanken. Der zieht dich, ne? Der zieht mich. Der zieht mich. Der zieht mich. Der zieht mich. Er스트 mich. Der zerfrainen zähl. Der dich ausrasten kann. Und die knife, die kann ich nicht ausrasten. Wir wissen, wie gut er ausrasten kann. Auf jeden Fall ist er noch nicht Half-Life. Und will sich noch nicht hinlegen. Ah, warte, ich hab ja auch eure Blitze. Ja, ich kann auch noch ein bisschen höher. Das sehr wirksam ist. Na ja, Schaden macht jetzt trotzdem. Und? Nach dem Gegner hast du ein Level-Up. Und? Du weißt, dass du ein Schaden machst. Ja. Aber der kommt nicht und du stirbst. 134 Schaden, so will ich das sehen. Und du hast ein Level-Up. Ich weiß. Beschwören habe ich schon oft zu nehmen. Na dann. Obwohl. Ich gehe hier zwei ab und mach da ein bisschen. Dann hol mal denjenigen, den du die ganze Zeit beschwören willst. Warte. Ja. 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 Du musst dir das Spiel eins lassen. Die Beschwörung haben sie geil bekommen. Oh ja. Willkommen zurück mein Freund. Ja. Zu lange auf dich verzichtet. Ja. Ja. So 50 Part. Ja. Kommt hin. Und weißt du was schön ist? Was? Er hört auf mich. Ja. Ja. Endlich. Mal kein Impf, der mal nichts macht. Deswegen sind da vorne auch schon Magier. Wo? Hier vorne. Wo? Hier vorne. Ich sehe nichts. Folge dem Blitz, wenn du ihn bist. Ich sehe viele. Auf ihn. Wie viel Leben hat der eigentlich? 708. Der kann schenken den Mino. Wer? Wer Mino? Der Schall. Der trifft nicht. Ah doch er trifft. Willst du etwa meine Mino? Ja. Ja. Wenn er tot ist, muss man den schneller als vorher. Auf jeden Fall macht er mir Schaden wie die Wolke und Lieblinge. Also? Flammenring. Oh. Und er geht da auf den Oni. Ja. Der macht's richtig. Leicht eins aufs Maulers. Gibt vielleicht den Nixen mit Schall, ne? Ja. Mit seiner Axt. Die ich auch gern hätte. Ja. Oh mein Gott. Amino im Axtromodus. Wenn ich das mal erlebe. Wie das aussieht. Jetzt geht's ab. Aber er ist nur noch Haarfleisch. Oh? Jetzt kriegt der gute Oni. Jetzt müsste ich auch Schaden an dem machen, oder? Ja. 140. Na? Oh. Oh. Vor der Feierschlag. Und ein Gewandheitsring. Oh. Gibt ja jetzt ein neues Gewand. Oh. War der flach. Ne. Da ist mein Abscheuring besser. Der Scheu... äh Scheu... Ne. Ok. Der war schlecht. 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 Dein Mino steht mit dem Rücken zum Gegnern. Und? Jetzt müsste ich an ihm Schaden machen. Ja, 99. Du bist angstisch. Lässt dich gut sehen. Und? Tod. Volle Blitze. Nur weil ich mich verdrückt hab. Hm. Bist halt zu langsam. Ich hab mich verdrückt. Ich hab auf den Mino gedrückt. Und da ist der nächste Oni. Die nächste Oni. Oder die nächste Oni ist von mir aus. Wie lange der andere aushält. Hm. Der Mino. Viel besser als andere Leute. Trotzdem macht er nicht rund einen Preis. Das schaden sie echt. Das ist auch nur Glücksfall. Au. Huhu. Und? Tod. Schade. Und Tod. Oder auch nicht. Nichts kannst du. Ja. Es hat halt noch kein hohen Level. Prügelhalsband. Ich brauche noch. 8000. Hm. Ich bin ja gut für Leute gegen. Ja. Du bist Half-Life. Ich bin nicht. Wir sind alle dran im Half-Life. Half-Life 3.000? Oh ja. Nee. Jetzt nicht. Ah. Oh ja. Klar. Also liegt's da. Ich kann den Gegner hinlegen und in deine Richtung klicken. Süß. Kann der Oni auch. Er kann den... Er kann in seine Richtung laufen. Er wird nicht in der... Damit du in der hinteren Reihe auch mal sparst, dann schick ich ihn noch zu dir. Nee. Warte mal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, aber... nicht. Jetzt ist er tot. Ich komm einmal hin. Sagt... Dinge sehr nötig. Lois. Du regelst Zeit, ne? Klar. Andere Frage. Weißt du, man kann aus Mino auch so nachts machen? Ich weiß nur, dass hier drei Onis gehen. Ich weiß nur, dass hier drei Onis gehen. Ich weiß nur, dass ein... Wie wir da gefahren. Der Nächste macht's. Okay... Da hinten in der Ecke rumkommen. Äh... Ja. Äh... Ja. Äh, der hängt grad jetzt... Der bug ist grad nicht wirklich da rum, wo er bei dir auch rummacht wird. Doch, doch. Versuch mal da rauszulaufen. Geht nicht. Also sein Mino hängt jetzt hier mit dem Stein fest. Den bespricht. Den bespricht ihn hohen neu. Okay, den bug hatte ich jetzt auch noch nicht. Er ist in den Schatten eingestellt. In den Schatten seiner selbst. Der war schlecht. Leute, ich hab... Die sollen sich mal mit dir beschäftigen. Ich bin raus. Oh oh. Ich bin raus. Scheiße. Wenn das jetzt hat... Ja, sie ignoriert mich. Sie steht da die ganze Zeit. Wo bist du? Nein, scheiße. Dann musst du sie jetzt. Ich versuch. Ich muss sie jetzt aber pausieren. Weil wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, Desperate Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplay, Sumbem is. Und wir sehen uns, wenn mich die Onis erschlagen haben. Bis gleich. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020